Ja, hallo Freunde der Spiekultur und willkommen zurück bei Böserkampagne in Schlacht um die Erde. Der König Rohans ist aus Edoras geflohen, aber diese Bauern werden mir nicht entkommen. Ich glaub, das machen wir jetzt mit Sarumans Armee mal, damit der im Level auch wieder steigt. Ja, jetzt werden wir Edoran überrennen. Der Lutz, der hat ja schon Level 4. Kein Problem für meine Truppen. Das wurde ja im Film nicht gezeigt. Dass das passiert ist, oder auch nicht. Zerstört alle Lager der Pferdeherren, die uns trotzen. Zerschmettert die Verteidiger der Stadt. Reißt alle Gebäude in Edoras nieder. Genau, wir machen erstmal Päuschen, bevor wir angreifen. Vor allem sollten wir noch ein paar wenige, was haben wir denn hier? Ach, vage! Ja, wir werden das erste Lager nachher aufbauen, ne? Erstmal werden wir hier so ein paar Ressourcen reinholen. Der Sieg ist nah. Schneller! Reißt es nieder! Der Sieg ist nah! Hier greifen wir an! Bald! Frisch! Diesen Garsch wird siegen! Mach den Weg frei! Der Fein! In den Krieg! Bäm! Wirf sie nieder! Zeug kein Erwarmen! Du bist schwach! Richtig, und jetzt töte mal alle! Die halten ja so ein kleines Umschubsen aus, durch die starken Rüstungen. Wenn die Reiter jetzt von den Waffen her anders aufgestellt werden, dann wird es natürlich schon schwieriger. Aber so kann ich da einfach reinrennen. Anscheinend. Keine Gnade! Du wagst es! Sie werden fallen! Hilfe! Nein! Wir dürfen an! Waden! Na komm! Unsere Zeit ist gekommen! So geht das! Sahuman! Wir dürfen an! Ich krieg langsam Hunger! Ich krieg langsam Hunger! Macht euch kampfbereit! Fühle meine Macht! Und fühle mal einen Feuerball! Und fühle mal Level 5! Geht jetzt! Rängt das Land mit dem Blut unserer Feinde! So, das ist der EP-Bonus, ne? Schön! Ja, auf jeden Fall schwächer als Saruman! Krüppel sie! Macht eure Waffen bereit! Krüppel sie! In Stücke! Ich will mich hier ein weiteres Lager aufbauen! Macht euch kampfbereit! Töte Ruhr ans Bogenschützen! Aufwachen! Es war einfach! Vorwärts! Halt! Reicht uns abwägen! Kommt zu mir, meine Diener! Aufwachen! Unser Land breit! Macht eure Waffen bereit! Richtig! Zurückfallen! Und jetzt ab nach da hinten einmal! Aufwachen! Hier können wir jetzt den Ausbau wagen! Kommt zu mir, meine Diener! Da haben wir die Türme! Drei Schmieden! Genau! Noch ein bisschen Kohle hier holen! Ich hab da ein schlechtes Gefühl, gerade wegen den Bogenschützen, die da oben langlaufen! Niemand kann uns trotzen! Lasst keinen am Leben! Komm! Behaltet mal zwei Truppen hier, mit Saruman! Ja, meine Diener! Folgt mir! Sie werden fallen! Wiesengard wird siegen! Langsam Hunger! Nicht zurückfallen! Lass sie in den Schatten! Aber im Schatten ist doch dunkel! Eine neue Macht erhöht sich! Der Sieg ist nah! Da humpelt er durch! In dieser Grube züchten wir Urk! Das ist aber schön! Isengard wird siegen! So eine Grube wollte ich schon immer haben! Wir greifen an! Bald! Macht euch kampfbereit! So, auf nach oben! Bewegung! Hält ihn! Wird Zeit, das nächste Lager zu räumen! Aufwachen! Hält sie! Na komm, töte sie doch! Was steht hier noch bei? Plündere die Schätze der toten... Der toten Könige Ruans! Wirf Eowien nieder! Zerstöre alle Gebäude innerhalb der Stadt! Wir müssen das Lager... Zerstören! Hält sie! Hallo, Kai! Mach da was für mich! Oder mach einfach gar nichts! Weiter! 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 Greif keine Gnade! Hält sie! Jetzt kommt ihr eh nicht mehr durch! Feuerpfeile sind fertig! Macht euch kampfbereit! Vorwärts! Bewegung! Ich wollte schon sagen, kommen da neue Reiter von oben! Die schweren Reister sind fertig! Möhehehehehe! Uruks! Aufwachen! Uruks! Zerschmettert sie! Keine Gnade! Ihr wimmelt es von allen! Attacke! Uruks! Hier! Töte sie! Bewegung! Zerstört es! Wir haben viel zu tun! So! Uruks! Bewegung! Schlag sie alle! Vorwärts! Vorwärts! Ich krieg langsam Hunger! Ich krieg langsam Hunger! Ich krieg langsam Hunger! Wir greifen mal! Bald! Genau, macht das alles nieder! Wir greifen mal! Bald! Uruks! Müssen wir den ganzen Scheiß ein bisschen splitten! Da reißt es ein! Uruks! Wir greifen mal! Bald! Bald! Wir greifen mal! Bald! Uruks! 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 Ich krieg langsam Hunger! Ich krieg langsam Hunger! Aufwachen! Oh, ganz fiese Nummer da oben, die Statue! Zerstört es! Ich krieg langsam Hunger! Uruks! So, jetzt aber! Sie greifen uns an! Währenddessen, wie sieht das hier vorne aus? So ein einfaches Tor, ne? Holen wir mal zwei... Zwei von den Dingern raus. Was brauche ich dafür? Ich glaub, Level 2 muss ich haben, ne? Prozieren wir einfach noch mal ein paar Bogenschützen dazu. Obwohl, drei konnte ein bisschen viel sein. Bei 30 Kommandeurspunkte. So, reiß den Rest noch ein, dann haben wir die Lager schon zerstört. Euch greift keiner an. So, ab darüber. Was kostet uns der Aufbau hier 2000 auch wieder? Gut. Achso, die greifen mich an. Na komm, Saruman. Äh, Saruman. Verdammt. So, mach die auch platt. Bam! Ach, jetzt komm. So, hier sind doch auch schön viele Bäume. Ach, ich dachte, ihr hättet ihn grad darunter geschossen. Es lebt unser Reich. Macht euch Kampfbereit. Da haben wir noch die Schönen. Dann können wir hier den hochziehen. Drei, zwei, eins oder auch nicht. Macht euch Kampfbereit. Gehen wir mal eben hier die... Den Abbau verstärken. Jetzt aber. So, Uruks. Nicht zurückfallen. Bereit machen. Die Uruks und die Reisler sind bereit. Genau, tötet die mal. Die können doch eh nix. Isengard wird siegen. Wolzen einlegen. Ruhe! Kann ich schon was Neues tun für vier? Wir werden anbelangt! Das Auge ist kacke. Es lebe die weiße Hand. Rohstoffbonus für besiegte Gegner. Na, ich will aber lieber sowas für fluchte Land haben, wenn... Aufpassen, du! Nichts wird uns aufreiten. Ich befehle es euch! Weg, weg, weg! Verteidigt mich! Idiot! Was stehst du denn da vorne alleine so rum? Macht den Weg frei! Macht eure Waffen bereit! Bom, 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 bom. Der Sieg ist nah! Zielen! So. Bereit machen! Ähm, ja. Ihr seid aber mal... Ne, du bist bei Trupp 3. Das hasse ich dann im Bösen. Jetzt müsste der entweder sterben oder... Keine Ahnung was, weil... Die HP halt einfach nicht auf... Ich kann den nirgendwo auffüllen. Zielen! Ja, dann fang mal an, hier irgendwelche Dinger zu zerstören. Uruks! Während ich hier noch ein paar Punkte raushole. Bam! Bam! Ach, Waag-Reiter sind eigentlich voll geil. Leider... Leider ein bisschen schwächer, glaube ich, als die normalen... Ziel! Ohr, Anreiter. Bam, bam! Leid alles in Schutt und Asche! Sie sind überall! Richtig. Und wisst ihr, wer sterben wird? Wir greifen an! Bald! Definitiv nicht das Böse heute. Schneller! Zielen! Kommt zu mir, meine Diener! Wir werden angegriffen! Macht sie fertig! Spann das Seil! Kämpfen wir! Hält ihn! Seil spannen! Saruman-Zahnabend ist erreicht! Sichert das Tor! Nichts wird uns auffallen. Bleibt wachsam und würden eure Pfeile hier zielfinden. Ah! Ach, Söchen! Niemand kann uns trotzen. Bringt die Bogen-Sätzen auf den Mauern zu Fall! Genau, komm! Verlichtet die Bogen-Schützen auf den Mauern! Ich krieg langsam Hunger! Wir lieben! Sie haben Flaschen! Guck mal, da ist ein Loch in der Mauer! Wir sind in der Ege-Siege! Verschon! Mieber mit! Schnell! Spann das Seil! Macht euch Kampfbereit! Können wir irgendwas erforschen? Ja, die klingen! Wir greifen an! Bald! Jetzt können wir manchmal mal eine Truppe rausziehen, ne? Nur die Berserker, aber da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Macht euch Kampfbereit! Keine Ziele! Eine neue Macht! Erhebt dich! Marschiert! Nehmt ihr Land! Rennt ihre Daufer nieder! Vorwärts! Na komm, geht da rein! Nicht zurückfallen! Zielen! Sklaven meines Willens! Ja, wir müssen alle Fertigungsgebäude innerhalb der Stadtmauer zerstören! Ja, ja, nehmt mich doch bei der Spitze! Auf, reich, reich, reich! Verschlagt sie alle! Das sind wir euren Latten, ihr seid doch eh schon verloren! Brennt ihr was nieder und zerstört alle Gebäude! Heute Nacht essen wir Menschen frei! Verschmettern die Stadt! Verfehlen! Lass keinen am Leben! Zurück! Sklaven meines Willens! Vorrücken! Diesen Guard wird siegen! Sie greifen uns an! Auf, sie! Aufwachen! Genau, tötet ihn mal hier! Seilspannen! Laden meines Willens! Niemand widerwärts sich der Stimme Saromans! Danke sehr! Oh, Hirn! Greifen Sie alle auf! Seilspannen! Ich komme die ganze Zeit durcheinander, weil ich die ganze Zeit Saruman auf der Zwei hatte! Kommt, meine Diener! Wir laufen an! Bei Sklaven meines Willens! So, jetzt aber! Alter! Alter! Wir haben viel zu tun! Ich krieg langsam Hunger! Weiter! Weiter! Ich bin sehr irritiert! Weiter! Weiter! Ja, ich rieche was! Angst! Unsere Zeit ist gekommen! Na! Wir kommen an! Was? Unsere Zeit ist gekommen! Was? Gehöft mal da kaputt? Macht euch kampfbereit! Was wirkt so groß ein Verslager hier? Aufwachen! Reifen an! Verschont niemanden! Du bist schwach! Macht eure Waffen bereit! Hält ihn! Ja, wir gehen erstmal die Produktionsstätten zerstören, oder? Macht eure Waffen bereit! Attrake! Hm! Ich war ja schon den einen oder anderen Trupp verloren! Du bist schwach! Bereit machen! Aufwachen! Das wird dich nicht retten! Nee! Du könntest aber auch mal ein bisschen mehr Schaden auf das Ding machen! Das ist keine am Leben! So, benutzen wir einen Flammenball! Ihr Ende ist nach! Nichts, aber kein Erbarmen! Wir greifen an! Eine Gute ist später! Wir greifen an! Warum? Füllen wir! Keine Gnade! War es hier oben im Lager so irritierend, dass der, äh, dass die ganze, der ganze Wall auch grün ist! Wir haben viel zu tun! Macht den Weg frei! Schnell! Hier! So, da ist noch eine Rüstkammer! Da ist eine Bogenschützenkammer! Aufwachen! Verschmettert sie! Vorsicht, von oben kommt der Feind nochmal! Wir haben viel zu tun! Könnt ihr bitte das angreifen, auf das ich euch an... äh, schicke? Weil ich krieg langsam Hunger! Aufwachen! Weiter! Weiter! Wir haben die Uhr... Macht euch kampfbereit! Ja, ja, ja! Alle Ruh und Speerträger sind in Druben entstiegen! Könnt ihr auch direkt ausbauen! Ruhe jetzt! Nicht trönen! Ich krieg langsam Hunger! Aufwachen! Wir greifen an! Weiß da! Weiß da! Aufwachen! Wir greifen an! Ich lebe die weiße Hand! Nicht zurückfallen! Ihre Armbrüste! Schneller! Macht eure Waffen bereit! Niemand kann uns trotzen! Lebt alles in Schloss! Richtig, weil wir Tiere sind! Äh, beziehungsweise die nächsten Herrscher von diesem Land! Bop, 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 bop! Niemand kann uns trotzen! Wir entstehen keine Gnade! Nehmt eure Waffen! Armbrüste! Wir greifen an! Weiß! Ich hole jetzt raus, was geht! Eine neue Macht erhebt sich! In den Krieg! In den Krieg! Unsere Zeit ist gekommen! Komm, Saruman, weg da! Gehen wir! Ich krieg langsam Hunger! Ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen hier zerstören muss, aber ich denke schon. Wir haben viel zu tun! Macht eure Waffen bereit! Bleibt sie zurück! Gehen wir! Urugs! Zerstört es! Der Sieg ist lang! Ja. Legt es in Träumer! Nichts auch! Unsere Zeit ist gekommen! Wir haben viel zu tun! Ich krieg langsam Hunger! Sklaven meines Willens! Macht ihr bereit! Das hat sich gelohnt! Der Isengard wird siegen! Kommt zu mir, meine Diener! Kommt zu mir, meine Diener! Reift sie zurück! Diener! Werft sie in den Schatten! Stand da sein! Attrake! Wir haben Angst! Ball! Zerstörte! Komm, erst die Statur! Wir haben viel zu tun! Stand da sein! Weht es in Träumer! Wir dürfen an! Ball! Schneller! Kommt zu mir, meine Diener! Ich glaub, wenn ich den zerstöre, kommen die Helden raus, ne? Ach, doch nicht schon wieder so ein Blödsinn! Richtig, jetzt machen wir noch alles kaputt! Na? Weg da! Zerschmettert sie! Zerstört es! Nichts wird uns aufreiten! Ich krieg langsam Hunger! Eine neue Macht erhebt sich! Bereit machen! Ähm... Macht euch kampfbereit! Genau, greift das Ding einfach schon mal an! Gehen wir! Wann kommen da, äh... Die Könige raus und schießt mich tot! Macht eure Waffen bereit! Oder auch nicht! Urugs! Weiter! Weiter! Also muss ich jetzt nur noch die letzten Gebäude hier töten! Weg alles in eure Waffen und Asche! Gerastet! Auch da ist noch ein Gebäude! Und hier oben sind noch ein paar Gebäude! Unsere Zeit ist gekommen! Eine neue Macht erhebt sich! Wahrscheinlich sind die Helden schon abgehauen zwischendurch! Ich hab das gar nicht mitbekommen! Und dann fragt Saurons Macht zu widerstehen! Ein Sieg für das Böse! Böse! Frohe, und ich töte dich auch noch! Bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao, euer Doc!